Heute besuchen wir die Henkel-Sektnacht. Kommt mal mit! Voila! Die Sektnacht findet jedes Jahr am letzten Oktoberwochenende statt, wenn die Ohr umgestellt wird. Was macht man hier? Natürlich essen, tanzen, Freunde treffen und Sekt trinken. Wie viele Korken knallen denn eigentlich hier heute Nacht? Wir haben heute Nacht ungefähr 800 Gäste und pro Gast knallt mindestens ein Korken. Also 800 Flaschen gehen auf jeden Fall heute über die Theke. Wie bringt man so einen Laden da draußen in Schwung? Also es ist eigentlich ganz einfach, weil die waren ja von Anfang an gut drauf. Also nach der zweiten Nummer waren die alle vorne gestanden. Glaubt ihr, das liegt am Sekt? Ja. Jetzt weiß ich, jetzt ist mir alles klar. Okay. Und zu einem tollen Abend gehört natürlich auch ein tolles Ausfit. Hier ist schon das erste Exemplar. Sektnacht ist? Was ganz Besonderes, was ganz Besonderes im Jahr und ich bemühe mich auch immer Karten zu bekommen. Immer wieder die längste Nacht des Jahres. Es gibt wenig Gelegenheit hier im Rhein-Main-Gebiet mit so einem Gebäude, mit so einer Atmosphäre. Und das ist von der Seite her traumhaft. Damit die Gäste heute auch alle gut nach Hause kommen, gibt es hier einen wunderbaren Limousin-Service. Den werde ich jetzt direkt nutzen und nach Hause düsen. Da kann ich mir diese schmerzenden Schuhe endlich ausziehen. Ich freue mich schon riesig. Tschüss!